Schatz, gib doch jetzt endlich zu, dass ich recht habe. Nein! Wie? Ich hab recht, ich hab's dir doch bewiesen. Ich hab zu 100% recht, das weißt du doch. Ja, du hast recht, aber meine Meinung gefällt mir halt besser. Was? Du hast recht, meine Meinung gefällt mir aber besser. Das macht überhaupt keinen Sinn, der Satz. Doch, macht Sinn. Wo macht er Sinn? Wo macht er Sinn? Das ist wie, und was, wenn ich kein Recht habe? Und ich sage, meine Meinung gefällt mir besser? Du hast kein Recht und deine Meinung kann dir gar nicht besser gefallen. Warum nicht? Weil du kein Recht hast. Macht doch Sinn, ist doch logisch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Voll logisch.